Hi ho und willkommen zurück bei Thief Gold. Wir müssen wieder in diese, ähm, in den Vorderraum, wo sehr viele von unseren Gegnern rumlaufen. Und das letzte Mal haben die uns auch mal direkt erwischt, beziehungsweise haben uns andere erwischt, nicht die, die wir eigentlich angreifen wollten. Also, machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. Das war doch schon mal ein ganz guter Anfang, oder? Ich wage mal zu speichern. Wir haben ja immer noch den Weg nach da. Ich hätte gern die Tür zu. Oder vielleicht muss ich mich dann... So. Ihn hätten wir... Ich krieg ihn einfach mal da ab. Oder besser noch, weiter in den Raum rein. So. Kommen wir zurück zu unseren Freunden am Eingang. Das liegt doch doch... Das lief doch schon viel, viel besser. Hm? 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 Oh! Bist du... Aus euch mal die Hackfly! Warum? Haha! Hohoho! Der hat nichts gesagt, der Typ! Wie unfair! Wie unfair! Ich dachte eigentlich, die melden sich, wenn die, äh, was merken. Halt! Nö! Doch! Kleiner KI-Aussetzer. Äh... Komme ich um die Ecke rum, wenn ich gleich diese... Fackele ausmache? Könnte geholfen haben. Und jetzt müsste er sie bitte nach links drehen. Jetzt kann eine andere das nicht gesehen haben. Beim besten Willen kann er nicht. Sicherheitsseber mache ich aber einen anderen Temporary Safe. War ich das oder hat sich da was bewegt? Dreht euch ganz langsam hoch. Ach, da sind die beiden Freunde. Ah, okay. Ah, ho, ho, ho. Äh, ja, genau. Anderer Temporary Safe war das ja. So, den kann ich aber direkt mal akzeptieren. Eine Sache möchte ich nämlich noch gucken. Sind das da Lampen oder... Da sind normale Lampen. Schade. Schade, schade. Ah, der Hof. Was liegt denn da? Papyrus. Liebste Mina, nichts ist so schlecht wie es scheint. Verstehe die Gewohnheiten des Herrn und er wird nicht grausam zu dir sein. Wenn er in seiner Bibliothek ist, dann verwöhne ihn mit Tee und Gebäck und unterhalte ihn ein wenig. Ist er aber im Keller bei seinem Gold, so wage es nicht, ihn zu stören. Sollte er aber nach dir läuten, so laufe, als sei der Waldfürst hinter dir her. Lisse. Die gute Lisse hat ein paar Tipps. Diese Tür mache ich mal lieber zu, weil direkt da hinter der Typ liegt. Der Mann möchte nicht bei seinem Golde gestört werden. So, so. Da geht's wieder nach oben. Hat aber keiner gesehen. Das war ganz schön knapp, ey. So. Hast du alles auch gesehen? Hä? Ich sehe euch doch. Kommt raus. Oh. Oh, noch schlimmer. Wenn ich euch finde, seid gehellt. Ich hab jemanden gefunden. Gut, dass ich diesen anderen Temporary Save hier vorne noch hatte. So. Das ist ja mal gerade richtig in die Hose gelaufen. Ich hab damit gerechnet, dass die was sagen. Seit wann stehen die denn still in der Gegend rum? Ich meine, ja, ich bin jetzt nicht gerade der Vorsichtigste der Welt hier. Aber, ähm, das war jetzt schon ein bisschen gemein. So, wir haben da Wachen, wir haben da Wachen. Komm ich von hinten an die Wache? Da sind überall Wachen drin. Von wo kommt der bitte hier noch Licht? Ah, aber das könnte ganz nützlich sein. Wenn ich die alle loswerden will. Aber die werde ich ja nie im Leben los, da. Oh, Alter. Ja, Leute. Warst du schon mal unten bei der... Du weißt schon, bei der Barrikade? Das abgesperrte Gebiet? Keine Chance. Dort sollen Tote wandeln. Bitte tut mir nicht weh. Hilfe! Okay, die sehen ich also auf. Die sind genauso heiß auf mich. Die kriege ich also erstmal nicht ausgeschaltet. Aha. Okay, wir werden neu laden müssen. Ich weiß es. Ich wusste, dass ihr da seid. Ich wollte nur mal wissen, wo ihr da im Raum seid. Kriegt ihr aber auch nicht. So. Hier haben wir noch eine Tür. Ah, jetzt habe ich die wieder abgeschlossen. Oh, es ist dunkel. Auch abgeschlossen. Und Hof die letzte, oder? Hier geht es auch in den Hof. Hier geht es auch in den Hof. Wahrscheinlich sind jetzt da Wachen hinter. Ja. Das ist der Raum gewesen. Kein Geheimer nach unten. Okay. Okay. Dann stellt es uns noch die Frage, über welchen Weg gehen wir in den Keller? Oh, oh. Das hier scheinen eher so... Kerker oder irgendwas zu sein. Nee, das ist ein Zwinger. Eine Wache. Hallo, mein Freund. Oh, mein Freund. So, willkommen in deinem neuen Zuhause. Nee, nee, nee. So, tt, 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 tt. Hm, weiter, 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 weiter. Was sagt eigentlich die Karte? Wir sind im Kellergeschoss. Okay. Durch diese Metalltür möchte ich etwas später gehen. Wir haben noch diesen anderen Weg in den Keller gefunden eben, ne? Zumindest ging es da auch runter. Da wüsste ich auch gerne, wo der ist. Hm, nichts, 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 nein. Gucken wir mal, ob da irgendwas versteckt ist. Hm, nein. Hier ist noch eine Kamera. Hier ist wieder eine Kamera. So. Und wenn... Ähm... Ich merke gerade selbst, dass ich ab und zu so ein bisschen die Augen zusammenkneife. Zwei Gründe. Zum einen ist es das Licht, was ich jetzt für die Facecam habe. Was, äh... Noch ungewohnt ist. Grund Nummer zwei. Das Facecam-Licht ist noch sehr hell. Das muss ich erst noch mal einstellen. Ähm... Viele nutzen dafür ja diese riesen Softboxen, wie es bei der Fotografie auch der Fall ist. Ich habe dafür... ein großes LED-Panel genommen. Und das funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Deutlich platzsparender an der Wand, einfach eine platte Lampe, sehr groß. Ähm... Und ich muss sagen, perfektes Licht. Super für, äh, Aufnahmen, wie zum Beispiel, äh, jetzt für die Facecam. Und, einen kleinen Nebeneffekt, ein geiles Licht zum Arbeiten. Weil es einfach, äh, groß ist, diffus ist und einfach alles ausleuchtet. Ich glaube, hier haben wir den Weg gefunden, ne? Kellerschlüssel. Auch nicht. Der ist es. Rufschlüssel. Jip, das ist es. Gut, damit haben wir den Keller durchforstet. Also, zumindest die erste Hälfte des Kellers. Jetzt gehen wir in den wirklich spannenden Teil. Und das tun wir sogar noch diese Folge, denn wir sind gerade mal bei 13 Minuten. Also, äh, da lang, ne? Dafür, dass dieses, äh, Level nur darauf aussieht, dass wir Geld sammeln, hat es einen sehr geilen Anfang. Mittlerweile ist es allerdings auch nur noch hier rumzurennen. Äh, jetzt der Kellerschlüssel, oder? Jawohl. Hier ist ein Kerl, helf! Was soll das denn? Leute. Was soll das? Gut. Treffen wir Vorbereitungen. Der kommt auch so schon. Na gut, Freund. Du willst es ja nicht anders. So, wir sind jetzt im unteren Keller. So, wir würden keine Karte von haben. Ich dachte, ich hätte jemanden gehört. Barracks. Der Typ hält sich hier unten im Keller. Barracks. Das finde ich echt nicht nett. Kann man die befreien? Hmm. Was war das? Hä? Gerrit? Wie seid ihr hier eingedrungen? Cool, er kennt mich sogar. Wie komme ich an seinen Geldbeutel? Also, Laufmuster merken, er geht nach rechts. Bleibt da stehen, er geht nach links. Geht jetzt wahrscheinlich nach vorne. Was war das? Warum dreht er sich dann sofort wieder um? Ich dachte, er bleibt da stehen. Doof, Mann. Also, er bleibt doch nicht stehen, er geht nach rechts. Nee, er geht random umher. Das ist unfair. Jetzt bleibt er gar nicht mehr stehen, außer er guckt direkt nach vorne. Hallo? Wie unfair ist denn das? Ich muss schnell sein. Wie seid ihr hier eingedrungen? Ich war ein Tanken zu langsam. Mann. Boah, es ist echt schwer. Nein. Oh, ich stand gerade fast perfekt, oder? Es ist unter der Steinfektion vielleicht eine schlimme Erfektung. Wir haben nur vom Fond gedeckt. Ich muss Joff das Bein brechen lassen. Es ist mir zu aufsässig. Das war dumm. Das war sehr dumm. Ich wusste doch, dass er da nicht stehen bleibt. Das wusste ich doch. Ich bin ein bisschen zu ungeduldig geworden, glaube ich. Kann das sein? Nein. Ich will das ganze Zeug hier im Raum. So, ich bin jetzt aber so nah dran, egal wo der stehen bleibt. Außer er guckt gerade zu mir von da aus. So wie jetzt. So, wir haben sowohl sein Geldbeutel als auch alles andere. Verlassen sie das Haus. Zeit für den taktischen Rückzug. Ich will die hiesige Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. weiter делать... Schlüssel. Passt ein Einer? nö Häh? Warte mal. reduced 긴 Okay, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wie wir denn diese Truhe da öffnen können. Den guten Ramirez haben wir ausgenockt. Sehr schön. Gut, wir haben eine Truhe vor uns. Bei der passt kein Schlüssel. Bei der passen beide Dietriche nicht. Zumindest macht der eine ein komisches Geräusch. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Na gut. Wir haben aber sowohl alle Aufträge erledigt, als auch das Gold gesammelt. Wir können hier verschwinden. Ich will mich aber noch so ein bisschen im Keller umschauen. Ich möchte nicht so schnell abhauen. Das heißt aber, wir werden in der nächsten Folge mit dem Mission Mörder fertig. Denn wir müssen ja nur noch wieder verschwinden. Und das ist ja so gut wie niemand mehr. Und da sind ja alle weg. Kommt da einer? Nein, da kommt keiner. Ich musste mich gerade noch mal in Game ein bisschen umgucken. Alles klar, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.